so dann wollen wir mal weiter gucken gucken so was haben wir denn hier noch ich höre irgendwas mal nachleiten aber irgendwo ist sowas ekelhaft was denn das okay ist das abartig hier hat irgendjemand sein agus da gelassen was wir genau in agus naja gut das will ich vielleicht nicht unbedingt wissen es ist zumindest ein ekel agus na könnte man sowas wie fallen bestimmt interplizieren sind die interplizieren als fallen durchgehen lassen so lebendiger ne gut dass irgendwas dahinter versteckt eine tür wo muss jetzt sind gerade aus weiter hier steht nämlich dass es ein sterilisationssystem gibt das bei einer isolierungsstörung organisches material zerstören kann ich sie es mir mal an naja ok noch seins und ist auch richtig ekelhaft hier das haben wir hier drinnen munition und hier ist ok noch mal bisschen energie und dann clipper so was haben wir denn hier aktivieren gas wird frei fehler gasbombe offline dann mal da rein und gehen wir mal da rein hallo ok textlock ein textlock im falle eines fehlgeschlagen isolierung muss die sterilisation gas von den nächst gelegenen kapitän verabreicht werden diese luftdichten kann man schützen sie vor dem extrem ätzenden sterilisationsgas sämtlich ungeschütztes biologisches gewebe im betroffenen bereich wird zersetzt es ist wichtig dass die mischstation für das sterilisationsgas permanent gewartet wird ihre sicherheit und die sicherheit aller hängt davon ab genau das hängt davon ab und das haben sie gemacht sie haben es vergessen was wir sagen was haben wir eine upgrade platine zweimal nachladen einmal clip ich bin begeiert so eine wimmel was keiner braucht würde ich mal so sagen so noch das geschützt abwärts ich hasse abwärts da genau das meine ich nämlich deswegen hasse ich auch abwärts hau ich mir ab hier oben ist sicher so ja wenn ihr was von mir wollt dann kommt runter her komm zu papa so eins ach das wird jetzt gleich mal hier vorne komm brennen sollst du du lümmel und wo ist Nummer 3 gucke habtisch du brauchst gar nicht anfangen mit leben ja das sag ich dir ha 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 jo so und nochmal hier auf das Mistfee gelatscht dieses ekelhafte ding so und dann denke ich jetzt mal wieder eine runde ach so nicht kurz schließen sicherungen spielen so da haben wir zu viel und da haben wir zu wenig da würde ich sagen nehmen wir mal einen Fufscher weg klügen noch einen Fufscher weg ne wachen wir uns Fufscher hin nehmen wir mal einen Neuen Scher weg und äh Fufscher weg ja das ist natürlich schlecht aber weil ich komme jetzt mit dem Aufzug nicht hoch haha so ich sage dann nehmen wir doch mal das Neuen Scher wieder zurück Aufzug online Aufzug deaktiviert Aufzug deaktiviert dann nehmen wir den Fufscher wieder rüber Aufzug online Aufzug deaktiviert auch rutscht mir doch die Kanalkarte runter ey alter so Aufzug deaktiviert ähm Aufzug online Aufzug deaktiviert ja das machen wir jetzt den ganzen Lach so Aufzug online Aufzug reaktiviert mhm Aufzug online Aufzug reaktiviert okay Aufzug online das ist zu viel das Guten und Ruzel aufzug aufzug online aufzug online netter yeah um nicht gleich so müsste uah ja hallo 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 lass mich doch zufrieden so jetzt noch mal ins und nach anderen hier auch weg das geht ja wohl gar nicht ach viel zu nah die zwei gut okay was soll man denn hier ach so das ist noch ein Stück irgendwas ein boing irgendwas was noch mal geschießen können ähm ja Gas 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 und jetzt können wir noch mal ein bisschen rumspielen hier haben wir die Sicherung jetzt hätten wir es alles nochmal ausschalten aber naja tut gut dann würde ich sagen fahren wir mal wieder hoch mit dem Aufzug und tun wir das Es Ne Gas Vergasen ja ja ein bisschen wieder mit dem 2. Weltkrieg wir vergasen diesmal die Aliens oh das war ein Witz unter der Gürtellinie so ja du bleibst gleich mal hier so gar nicht erstellt zu kommen das sag ich dir da warst du selber erschrocken geht mir dann genauso wenn ich dich sehe so und jetzt und jetzt sieht nicht so gesund aus das aber auch gleich mal alles zu okay solange das Ding ja dicht ist wir mürzen sie Oxygen okay äh uh sauber Arbeit sieht ein bisschen leicht geröstet würde ich sagen aus jetzt muss ich also da lang wo nicht da lang sondern da lang durch die Tür mitten durch hallo hier sieht ja genauso ekelhaft aus da ist eine Leiche da die steht vor der Tür ich frage mich sowieso immer noch wer diese ganzen Leichen dort aufgestapelt hat hallo oh süß okay also wir halten jetzt wahrscheinlich gleich wieder ein Teil zumindest denke ich mal weil hier die Box da ist ah komm her so mal die Dreier ist es da irgendwo mal die Textnachricht anhören abspielen ne los ich kann mir jetzt denken warum die Alienmaschine unseren Codex nicht annehmen wollte die Anweisungen waren durch den zweiten DNA Strang die Anomalie verfälscht heute fanden wir ein neues makelloses und intaktes Exemplar seine DNA ist unverfälscht und ich hoffe dass dies der langersehnte Durchbruch wird hä Durchbruch wird mhm Übersetzung sein könnte löser und www.de Wie ist das? four w w w w w w w w Ekelhaft dieses Vieh. Bestens, wo wir uns von der Entfernung eigentlich hier treffen, aber ich schieße einfach schon drauf. Oh ja. Und wie es ausblutet dieses Vieh. So, der wird doch bestimmt, ah ja, tap zerrappt, der Kopf ist ab. Ähm, war hier irgendwas? Ne, ne? Gut, dann werden wir mal ein Alien-Artefakt mitnehmen, uh, ein Alien-Artefakt. Na, das Titelmodel, wenn wir noch ein bisschen mehr zu stückeln hier. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ah ja, komm her, und da ist auch noch einer drauf. Gut. Nachladen. Oh, da liegt irgendwas. Ah ja. Ekelhaft. Ein Schneesturm. Boing. So. Gleich mal hervorschießen, falls doch noch irgendwas kommt. So, da kommt irgendwas. Ah. Hau mich ab. Lebe weg, wer. Du wirst gar nicht erschöken, ja. Oh. 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 It's me, Mario. Tu mich auch. So. Ich hole noch einen. Hehehe. Komm. Uh. Jetzt weh. Oh. Hau ab hier. Komm. Geh. Sterben. Ah. Könntest du sie schnell heute? Hallo? Du. Brennen sollt ihr alle. Das hört nicht auf. Das... Das... Das werden immer mehr. Wo ist denn das? Komm her. Boing. Oh. Ja. Komm her jetzt. Ja. Ich zerstückele dich. Ich mache aus dir Hockefleischstuhl. Sorge ich dir. Oh. Okay. Das Ding braucht noch mehr Power, würde ich jetzt mal so sagen. Bevor ich das vergesse. Oh. Oh. Ne. Dann nicht hier. Hier. Genau hier. Genau hier wirst du abgesetzt werden. Viel Spaß. So. Ach. Ich werde mich wieder ein Dänks anbauen hier. Wie ist das leider noch mein äh. Pohnen Zerfer ist. Weil äh. Ich habe nur ein Stück von Rosetta gefunden und schicke es dir jetzt. Welches Stück ist es? Schwierig zu sagen vom Querschnitt her, aber es ist nichts was ich wiedererkenne. Okay. Ich bereite es vor, soweit es hier ist. Ich werde mal hier drücken. Etwas Glück sind hier mehr Ressourcen unten. Na komm herauf. In Bearbeitung. So. Ich baue jetzt auch schon mal das Ding um. Ähm. Möchte ich jetzt hier hoch oder was? Ja. Gut. Aber jetzt bauen wir auch schon mal an der Waffe rum. Das ist noch nicht so das. Niemand da? Gut. So. Dann bauen wir die Waffe jetzt nochmal um. Oh ja. Hurra. Hurra. Ein neuer Clip ist da. Wollen wir was neues bauen? Ne. Gut. F. 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 gefällst mir einfach nicht so was haben wir noch eine neue spitze kunische streuung schön dass das hier eine kunische schrotflinte mit rückstoßenergie schaden das gleich tendenziell für die katz zurück da muss ich jetzt sicher die dinge austauschen was haben wir von legen von brennen explosive kanister abfeuert ja genau das will ich dann immer erektionsfeld also das nö das bist du ich warten dass ich jetzt ja bestimmt immer hatte gerichtetes schwebefeld mkv gerichtetes schwebefeld das haben wir gar nicht dann bauen wir das gleich mal ja und ausrüsten okay das ist die mkv schadensilfe mit irgendwas anders noch das hilfepaket halt auch mein partner was interessiert denn nicht mein partner so dann gehen wir zurück die flammen lasur weg und die dauert schon mal ich muss von austauschen mal straße besichtung ja wir machen die straße beschichtung ein ja wo wir uns mal so bastel bastel hui hui ja und jetzt geht's weiter im text muss ich glaube ich denke ich bloß da wird nur noch zwei schuss so wenig und habe ich da irgendwie feuer heute moment mal kurz what the hell so clip platine herstellen das haben wir zwei nachladen ein clip ja nachladen clip clip schaden clip feuer heute und dann den damen gut nachladen clip clip ein gemein ein bisschen clip mehr clip clip braucht die welt und dann den damen gut nachladen ein clip auch scheiß auf das nachladen zwei clips ja genau das ist das nachladen weg gemacht ne ne ah das wurde schaden oh einmal schaden müsste ich eigentlich noch mal was habe ich denn jetzt hier oben eigentlich habe ich hier oben überhaupt schaden 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 ich habe einen schaden hohohoho so zwei schaden hätte ich hier da könnte ich würde schön ein bisschen verstärken aber naja das bringt jetzt auf dauer noch nicht ganz so aber egal so zwei schuss drei schuss hat es natürlich jetzt voll rausgerissen muss ich sagen also das bürger jetzt aber hier habe ich anstatt 23 schluss na gut so ist das leben macht es hatte bloß wenig dann ist man noch mal mit diesem verkeimten vorstelle hochfahren ja ich höre schon wieder irgendwelches gedöbel ja mal ins inventar gucken wie spät ist es oder sieht sehr schlecht aus was munition angeht ich muss sparsamer werden und das ist ja draußen hallo boah okay ach so ist eine glas scheibe röhre glas röhre ja 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 ja